Darf ich kurz was sagen? Hoffentlich hätte ich die Map gewünscht. Die Map habe ich mir ausgesucht. Ich nehme mir mehr davon. Du brauchst die Crow-Budder. Das Texture-Pack ist aufwürdig echt das Beste, was man nutzen kann bei Minecraft. Was ist passiert? Ist er gestorben, Fully? Nein. Spax ist wirklich super. Johnny is it! Oh mein Gott. Was passiert, wenn man TNT abschießt? Hast du ihn erwischt? Ja! Wie? Leichtmatrose ist das. Wasser in der Landratte. Ich habe auch keine Munition mehr. Wir müssen ihn überprüfen. Ich habe ihn überprüft. Der war unter Wasser. Oh, da ist er ja. Ja, ich bin sogar runtergeschwommen. Was ist passiert? Ich habe unter Wasser gegen sein Leich geschossen und sie ist im Hohenburg weggeflogen. Achso. Oh nein, ich habe eine Aufnahmen vergessen zu starten. Schade. Jetzt läuft sie. Hallo. Hallo. Okay, Moggy. Jo, Hawky wird es wahrscheinlich sein, oder? Nein, wieso? Hawky stinkt. Die Maeve ist ja auch noch im Spiel. Maeve? Ich bin auch noch da. Maeve, würdest du mich anlegen? Ich habe keine Wii rausgeholt. Jetzt bin nur ich gestorben. Und jetzt? Du bist tot. Oh, Random Tester. Wup, wup. Das darfst du nicht ankündigen. Das steht unten links. Ich weiß aber, hast du den gemacht? Nein. Nee, ich habe den gemacht. Nee, Maeve. Ah, okay. Warte, ist gemein. Oh, nur Traitor würden das verraten. Ich bin kein Traitor. Lebt Johnny jetzt noch oder nicht? Ich blick's nicht. Nee, ist tot. Ich habe ihn erschossen. Wieso labert der die ganze Zeit? Weiß ich auch nicht. Ja, ich war Johnny. Kapiert. Ah, ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Nein. Ich brenne! Du bist auch Traitor. Was geht? Was? Was passiert hier? Riki wollte zeigen, dass er irgendwelche Audios über sein Ding jetzt abspielen kann. Das war ich nicht. Nein, das war ich nicht. Das war ich nicht. Natürlich warst du es nicht. Nee, ich war ich nicht. Okay, ich gib's du. Ich war's. Oh. Hallo, Moggi. Hör doch auf. Okay, ich hab's ja nicht mal. Ich hab's recht. Was macht der Steinblock da eigentlich? Hä, wo bist du? Da oben ist er. Moment. Wird's Moggi? Aaaaaah! War's Moggi oder war's Focki? Focki? Focki. Sag mal. Ey, ey! Nein, warte, warte, warte! Was? Was? Wieso hast du ihn zweimal? Let's fucking go! Wieso zweimal? Ich hab ich mir die Lara gelaufen. Ich hab ihn doch schon mal gehört. Ich hab ihn doch schon mal gehört. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn halt auszusehen. Also, ich wollte ihn bei Moggi einsetzen und hab ihn ausgerüstet und dann kommt ja schon der Sound. Der kommt ja schon, bevor man ihn einsetzt. Ähm... Shit. Fully, willst du mich eigentlich verarschen? Was für ein Aim? Was denn? Nein! Ich dachte aber tatsächlich, man stirbt halt, wenn man ans Wasser fällt. Und du hättest gerade... Hättest du nicht so drei Sekunden vorher runterfallen können? Ist denn er gestorben? Ist schon wieder jemand gestorben? Warte, ich belebe ihn. Was? Hol ihn raus, ich belebe ihn. Ja, ich hol ihn. Okay, okay. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Habe ich alles verpasst? Doch, doch. Dann legt ihn ruhig wieder. Okay, okay. Bringt ihn mir an Deck! Bringt ihn mir an Deck! Oh Gott, was hast du vor? Okay, wollen wir... Willst du drauf... Was macht ihr denn hier, Jungs? Oh shit, was hab ich denn alles hier verpasst? Ich dachte, an Deck. Ja, ich weiß nicht, wie ich... Da ist eine Leiter. Ja, die hab ich gesucht. So. Ja. Folgendermaßen. Soll ich Mogi am Mast binden? Ja, wir binden ihn am Mast. Binden ihn daran fest. Ist Mogi gestorben, der mir hier oben runtergesprungen ist? Ist Mogi wieder und gebt ihm ein faires... Leute, es sieht vielleicht so aus, aber ich hab ihn nicht da festgeboten. Ein faires Prozess. Moment. Stopp. Ein faires Urteil hast du gesucht. Urteil. Wo bist du? Was hast du getan? Was? Warum? Mogi. 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 Ja, der wird's jetzt. T-N-E-C-O-N-N-I. Nein, er lügt. Hä? Das steht nicht innocent. Das steht auf Deutsch. Nein. Nur bei mir steht's auf Deutsch. Ich spiele auch auf Deutsch. Stopp. Ganz kurz. Ruhe, 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 Ruhe. Der Detective. Ich bin gar nicht der Traitor-Kollege. Oh shit. Tötet Fully. Er sollte einen fairen Prozess kriegen, ne? Morgen ist es tut mir leid. Wieso habe ich eigentlich keine Waffe? Warum tötet keiner Fully? Ja, ich könnte es versuchen. Wo ist er denn? Im Wasser. Oh fuck, meiner trinkt hier. Vorsicht, ich bin auch im Wasser. Nicht verwechseln. Achso. Alter. Hilfe, Hilfe, jemand schießt auf mich. Shit. Nicht verwechseln. Ich wurde wirklich innocent. Was ist passiert? Warum hast du mich verraten? Weil ich innocent war Fully. Aber das ist doch ehrenlos. Das ist ja voll krass, dass du es verraten kannst. Ja, das ist echt ein bisschen mies. Vor allem, ich wollte ihn später wieder beleben. Und dann belebt ihn wieder. Und ich dachte mir, da ist ihr Fully hier unten. Das war ein loop vom Detective. Wäre ich innocent, nachdem ich Traitor war, bei mir war ich. Und beim Respawn, ich glaube, ich würde weiterhin alle umbringen. Einfach für die Ehre. Ja, und für deinen Kamer. Ich hatte halt keine Chance. Ja, das stimmt. Absolut nicht. Vor allem, ich bin der Hochkletterer auf dem Uwe. Aber dafür, dafür habe ich genug geschafft. Und genau als die Runde anfing, bin ich... Du hast richtig unternommen. Und dann bin ich auf dem einen Felsen unten gelandet. Hier gibt es einfach keine Waffen. Kann das sein? Aber ich war mir nicht sicher. Obwohl hier einfach nur der beste Schauspieler aller Zeiten ist. Wo er gesagt hat, Innocent, Jungs. Vielleicht hast du fußstabiert. Ich war... Ich war so... Nein. Niemals. Oder er ist nicht innocent. Das ruhig dir zu. Maeve. Und dann habe ich Fully verraten. Bist du auch ein Schauspieler? Bist du innocent? Vor allem, wissen wir, was mir auffallt ist. Ich hätte dann auch sagen können, Oh, mein Schwerterkollege ist Hockey oder so. Oh, das wäre so viel besser gewesen. Da oben! Das ist doch so dumm! Hä? Wie kann das sein? Wie kann man so einen Headshot verkacken? Der Schwerterkollege ist Johnny gewesen. Ja! Oh, man! Ich glaube, Fully war's. Und Johnny hatte eine richtig dicke Kiste dabei. Ich dachte, das wäre der Kopf. Eine dicke Kiste, okay. Ach, das ist die... Das ist super scharf. Ricky, ich sehe dich von hier oben. Mann, was geht? Ich versuche hier hochzukommen. Achso, okay. Viel Erfolg dabei, ne? Wo ist der super scharf? Kann ich das haben? Pass auf die Lava auf, mein Freund. Ich versuch's, ja. Dann lass doch den Koffer geben vom... Maeve verstand eigentlich Minecraft Hardcore. Achso, du bist gar nicht die... Fully! Ja, was ist denn? Kann ich Koffer haben? Bist du auf dem Schiff? Ne, ich bin neben dir. Wer ist denn, dass du auf dem Schiff? Achso, du bist... Maeve? Ich bin ja... Ich bin ja Prüven. Maeve. Ich hab keine... Und starte Minecraft Hardcore endlich? Ja... Ich weiß nicht, wievon du redest. Gibt's nicht. Ist Maeve jetzt der Traitor oder was? Na, Ricky, hey, Ricky, pass auf! Warte mal, wer hat gerade geschossen? Ich versuch' noch Maeve zu schießen. Na, warum denn? Maeve hat so komisch gelacht. Ey, ich bin... Ricky hängt auch... Ja, aber wie... Jeder hat da komisch gelacht und dann ist Ricky irgendwo rumhängig. Ich bin sogar Prüven. Bist du gerade umgebracht worden? Ich? Nee, wer? Wer ist umgebracht worden? Oh, Hockey ist es, weil Fully wurde gesniped. Stopp, 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 stopp. Hockey muss das sein, Jungs. Er wurde wegesniped. Also, ich will die ganze Zeit nur snipen. Komm schon, hör auf. Siehst du? Maeve, da liegt ihr nicht identifizierte Leiche, ihr müsst mich verarschen. Hockey, wir müssen was gegen... Pass mal, Johnny, der Tra... Was? Oh, nein. Hockey ist es... Hockey, nein, hör auf! Hockey ist es! Hä, ja, wirklich vom... Okay. Ja, natürlich. Ich hab auch gerade geredet. Kein Stress, oder? Danke. Alles gut. Ich hab nicht so getan, als wär ich tot oder so. Versteck dich besser, Ricky. Ich mach das schon. Versteck dich. Ich bin auf die Züge gekommen und hab gesagt, hallo, Hockey ist es. Bam! Ja, das ist... Ja, was soll... Genau das würde ein Traitor auch sagen. Maeve war schon innocent und der hat den Feier seiner fucking Leiche vorbeigelaufen und hat sie nicht identifiziert. Weil die schon identifiziert war? Nein, war sie nicht! Warum streitet ihr euch? Ich finde, das war du von ihr. Du bist mal ganz ruhig, jetzt hier. Oh, ouch, ouch, ey. Team Super-Megageil wird dich finden und wir dich töten. Verräter, also. Ne, wo seid ihr jetzt, mehr ernsthaft? Hier. Keine Ahnung, wo bist du? Sag doch mal. Tintfisch bist du im Wasser, oder? Hör auf damit. Oh Gott. Du beleidigst mich. Bist du jetzt im Wasser oder nicht? Ne. Auf mich wurde grad geschmackt, ne? Tintfisch bist du. Ja, aber warte mal kurz, ich muss gestritten jetzt. Jetzt kann ich mit dir reden. Sorry, ich war grad kurz übel abgelehnt. Ähm. Ja, ich bin nicht im Wasser. Ich bin, ähm, siehst du den Traitor-Tester? Ja. Da bin ich. Ach so. Ne, ich weiß nicht. Ich hab gelogen. Wow. Wer ist hier der wahre Traitor? Na gut. Ich kenn die Pepper doch nicht. Äh, ja, wie beschreib ich das denn jetzt? Ich würd sagen, wir treffen uns, oder? Ja. Ja. Also da beim Traitor-Tester, hm, wie beschreib ich das denn? Also da wo die Lava runterfließt beim Berg, beim Vulkan. Äh, die, oder fließt sie in zwei Richtungen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Lava fließt üblicherweise nach unten. Das auf jeden Fall, aber sie fließt nur in eine Richtung von, von, äh. Es kann doch nicht sein, dass ich die nicht sehe, oder? Was ist denn hier los? Wo bist denn du? Beschreib mal, was du grad siehst. Ich will es jetzt ja auch nicht so in die Länge ziehen. Berg? Ja, den seh ich auch. Oh, da. Ja, und die Lava, wo bist denn du jetzt? Oh. Das war ne Traitor-Tester. Das ist ne Traitor-Waffe. Ach so. Da war ne Traitor-Falle, ja. Oh, lol. Was ist denn passiert? Das war ne Traitor-Falle. Und ich glaub, der Traitor-Tester... Wamm gewinnt Johnny all seine Runden gerade. Ja. Der Traitor-Tester funktioniert... Trotzdem, dass ich... Rocky carriert mich da so durch, ich sterbe immer instant. Und ich glaub, der Traitor-Tester funktioniert nur, wenn wir nen Knopf finden dafür. Das war aber auch wieder so. Ja, also, Maeve und ich haben irgendwie, äh, uns vorher noch durchgelesen. Na gut, was heißt, wir beide eigentlich, hab ich irgendwas gelesen und... Na, also, eigentlich war ich der Schlaue, ja. Also, eigentlich war ich das ja, ne? Auf jeden Fall, es gibt diesen Traitor-Tester, aber wir wissen nicht, wie er funktioniert. Scheinbar liegt hier irgendwo ein, äh, äh, Ding rum, ein Knopf. Und mit dem kann man das machen, aber wir wissen nicht, wo. Knopf? Ja, scheinbar war so ne Puppe bei der Kiste. Wenn der Haken kommt, bin ich anderswo. Ey, ich hab ne Folge letztens angeschaut. Johnny. Nice. Bist du stolz auf mich? Ja. Hockey, weißt du... Oh, er ist schon weg. Hockey, ich kann's bitte haben. Ich fand's übrigens gut, Hockey, wie du, um die zwei HP von Ricky zu killen, irgendwie 70 HP verloren hast beim Versuch nach unten zu gehen. Ja! Ich wär so weit runtergefallen, holy shit. Ich würd dich am liebsten nochmal von hier oben snipen. Und dann vor allem... Vor allem hab ich nicht... Wie konnte ich das verkacken? Okay, was? Maeve, ich hab nicht nur nen Haufen Lehm verloren. Nein, ich mach das nicht. Ich hab sogar die Silence für ihn verschwenden. Ich hab dich einfach daneben geschossen. Oh mein Gott! Aber wer, wer, wer... Maeve, jemand schießt... Schießt auf mich. Fully ist es. Nein. Fully ist im Schiff drin, beim Kap... beim Captain. Beim Captain? Mhm. Oben ist mein Flash, aber er ist immer, oder? Ja, ich, ja. Auf mich wurde geschossen. Von Mogi, bei dir alles klar soweit? Ich versuch, hier runter zu gehen. Fully, ich hab eine Frage an dich. Warum hast du ihn nicht runtergeschubst? Er hat die Bienen gemacht, er hat die Bienen geworfen. Fully komm wahrscheinlich zu mir hoch, oder? Man, der soll da mal rauskommen. Wauhu! Wer hat die Bienen gemacht? Oh, was knapp. Oh, was knapp. Gott, ich wär fast auch verreckt. Nee, lieber nicht, Mann. Oh nein. Ey, Maeve ist gestorben, glaub ich. Maeve ist, glaub ich, an den Bienen gestorben. Ach, und die Bienen krieg ich alle in einem Schuss weg, oder was? Ja, wenn du einen Schuss reichst, wenn du triffst. Du musst da treffen. Fully, komm mal ein bisschen raus, da. Ja, Maeve hab ich... Ein bisschen rauskommen. Komm schon. Fully, komm mal raus jetzt. Nein! Zeig dich! Oh Gott, die Bienen! Nein, 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 nein. Hab ich getroffen, ey, scheiße. Nein! Bedauerlich. Oh. Hier wird... Ah, shit. Wir kommen aber auch einfach schnell Fall-Damage, oder? Ist unglaublich. Ja. Also, Mogi bist du Traitor eigentlich, weil ich... Stammt nochmal! Habt ihr bisher ganz gut vertraut, äh, ganz... Warte, ich finde Fully! Oh Mann! Was? Ich hab ihn gekillt. Oh, scheiße. Der gut. Also, Scheiße. Okay, also, Ricky, hast du grad mit auf Fully geschossen? Aber dann muss es ja... Muss ja Mogi sein, weil Johnny hat auch mit auf Fully geschossen. Ja, Johnny hat das Schmach. Nee, wir weißt doch mal, dass du auf ihn geschossen hast, Ricky. Kannst du doch sehen. Er hat's nicht bewiesen, das stimmt. Hä? Ich steh hier oben! Aber als ich ihn gekillte, war Ricky ja nicht identifiziert. Johnny war innocent. Guck mal, wie Mogi sich in Lügen versteht. Würde ich sagen, macht dir das untereinander aus, oder wie? Wir nennen ihn auch den Lügenbärt. Wisst ihr was? Ich, ich, äh, wiederbeleb' jetzt, äh... Ich belebe jetzt den wieder, Johnny. Also, wenn ihr mich entschuldigt, dann... Kannst du nicht mal nen nützlichen Wiederbeleben? Ey, ey, ich werd ge... Na, Hockey, glaubst du mir jetzt? Ja, wo habt ihr Fully gekillt? Am, am Boot. Hm. Im Wasser. Hallo, du bist tot. Ah, shit. Ich hab' überlegt, ob ich Maeve wiederbeleben will. Ohne jeglichen Grund. So, Ricky, ich hab' jetzt nen Radar gekauft, und jetzt... Wo, wo, wo bist du denn? Du bist hier direkt. Was ist da los, Ricky? Was ist da los? Was? Was? Yo! What? No way! Warum hat der keinen Schaden genommen? Ich hätt' niemals gedacht, dass Ricky das überlebt hat. Das hätt' ich auch nicht gedacht. Er war fast tot. Wie viel Leben hattest du, Ricky? Er hatte noch 2 Kp. Nein, 2 Kp. Mogi, wie viel Leben hattest du? Weil du hast mich ja gerade in der Folge noch gefressen, ne? Ja, ich kam auf 100 halt hoch wieder. Und dann bist du trotzdem gegen Ricky verreckt. Das ist schon peinlich. Ja, mega. Ich hab' auch, ich hab' auch gefühlt bei ganzem Magazin auf ihn entleert. Ja! Ich hab's aus deiner eigenen Festentwicklung. Du hast auch weniger Karma, darfst du nicht vergessen, ne? So gewinnen können. Der Karma. Ja, ich hatte weniger Karma. Ah. Weil ich seh'n, wie der Weißer halt den Detective geschnappt hat. Hat er keine Waffen? Ja, das hab' ich gesehen, Mogi. Vielleicht hättest du nicht sagen sollen, dass du zu Johnny... Was war überhaupt der Plan? Wurde mir grad ernsthaft? Ja. Ich wollte Johnny wiederbeleben, aber das war so dumm. Also da hätt' ich auch grad niemanden wiederbeleben. Aber hast du's dann angekündigt? Ey, ey, ey. Ey, ich hätt' dir geholfen. Ja, du hättest es versucht auf jeden Fall. Ich hab auf jeden Fall eine HE-Kranate gelootet gerade. Eine was gerade? Ich hätte auch so eine, aber ich hab' die noch nie benutzt. Ein Frick-Grenade. Ich werd's euch zeigen. Gott, hier gibt's keine Waffen. Ich werd euch allen beweisen. Ich sollte bei einer Runde auch dieses Schiff verlassen. Ich bin immer nur beim Schiff. Hallo Rikki. Ich mag Schiff. Ey, ich weiß nicht. Rikki hat grad die Traitor-Falle aktiviert. Ne. Ok, Rikki. Ne, warte, warte. Ne, Rikki war inno. Hä? Der hat vor meinen Augen die Traitor-Falle aktiviert. Ich schwöre, ich schwöre. Wieso announcest du immer für alle, was Sache ist? Ich war direkt neben mir und diese Fall ist aufgegangen. Was zum Teufel. So, Rikki war ja Traitor, oder was? Nein, war er nicht, er war inno. Aber es sah so aus, dass er die Traitor-Falle aktiviert. Wer ist denn ein Traitor? Johnny. Johnny ist immer ziemlich langsam als Traitor. Oh Mann, bist du mein alt, Rikki? Ach so, deswegen hat sich Johnny so aufgeregt. In dieser Runde bin ich immer gestorben als Traitor, möchte ich mal anmerken. Und noch lebe ich. Also bist du Traitor. Und noch lebe ich, also bin ich kein Traitor. Naja. Das ergibt keinen Sinn. Doch, das ergibt tatsächlich Sinn. Doch, doch. Warte mal. Rikki, Rikki ist, ja ok, Rikki ist dir tot. Ich erschreck dich nicht. Okay. Mh. Oh mein Gott. Johnny war interessant. Oh Gott, nein. Naja, jetzt ist er tot. Warte, wer ist denn noch übrig? Okay, warte. Bist du es? Hallo? Maeve? Ne, Maeve ist Detective glaube ich, oder? Okay Maeve. Wenn ich Traitor wäre, hätte ich die schon lange erschießen können. Ich denke auch. Ja. Wo hängt die eigentlich so rum? Oh, was ist das für ein cooler Koffer? Was hast du bekommen? Ich bin wegteleportiert worden. Hilfe. Oh mein Gott. Ich bin fast in Lava gerannt. Das war so knapp. Scheiße. Ich habe Hocki tot. Nice. Was hast du für ein Traitor von mir bekommen jetzt? Habe ich ein festes? Du hast den Steakass bekommen. Ich habe Flashbang, ja. Ah, die schlechte. Wie seid denn ihr? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Warte mal. Was ist passiert? Was ist gerade passiert? Ich habe was ganz anderes gehört. Warte, ich bin gerade da, Fully. Das machen wir schon. Oh nein, du bist der letzte, hm? Nee. Wo bist du, Fully? Ich vermisse Maeve. Hast du Maeve getötet? Nee, das war ein Schaf. Du Haufen Scheiße. Maeve ist tot. Nee. Doch. Nee, 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 nee. Der ist jetzt Schaffutter. Nicht gar nicht witzig. Wo bist du denn? Von wo aus hast du dein Schäfchen geschickt, ha? Ich weiß nicht, weil ich bin um die ganze Insel einmal rumgeflogen. Weißt du was? Oh, das ist Hocky. Hocky war Traitor. Wie verwunderlich. Das hätte ich ja auch sagen können. Ach so, ja. Warum hast du es nicht? Du hast nicht gefragt. Fangen wir mal damit an. Ich meine, weißt du was? Du hast recht. Wo bist du jetzt? Komm her. Wir klären das wie, äh... Ich bin auf dem Weg zu dir. Okay. Maeve war Detective. Ja, Maeve war Detective. Wir hätten Maeve gekillt eigentlich. Warst du das, Fully? Fully, bist du Traitor? Ja, ich bin Traitor. Du solltest also schnell herkommen und mich versuchen zu erschießen. Nein, er gibt dich einfach. Dann lass ich dich leben. Was war das gerade? Keine Ahnung. Was war's denn? Fuck! Oh shit. Ich glaube du hast mich nicht einmal gedacht. Nein, er hat die Stelle der volle gemacht. Was? Keine Ahnung, ob ich das geglaubt habe. Der hat so schlechte gelogen, als was, was ich... Oh, das war eine Lüge, okay. Pferd genug? Hattet ihr eigentlich auch gerade Angst, dass die beiden sich nie finden, weil sie... genau so weit da. Ja, genau so weit da. Wie möglich entfernt voneinander waren. Die sind genau immer gleichzeitig. Ey, das ist so dumm, dass du nicht in die Falle gelaufen bist, Ricky. Wirklich. So unangenehm. Ich sollte mich vielleicht langsam hier umdrehen, hab ich Fully im Wasser gesehen. Joa. Ich war eigentlich fast die ganze Runde auf der Suche nach einer guten Waffe. Aua! Jemand hat mich... Jemand hat mich... Jemand hat mich gesniped. Ich lösche mich, ich lösche mich, ich lösche mich. Johnny hat mich gesniped und ich getötet. Ich lösche mich, ich lösche mich, ich lösche mich. Wo bist du, Johnny? Ich bin tot. Okay. Okay. Alles klar. War er ein Traitor? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber er hat gesniped, das vom Ton gefällt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Wo liegt er? Ach, das ist eine Traitor-Falle, da geht er nicht rüber. Achtung. So bewegen sie sich immer genau dann, wenn ich schieße. Also, als Info für alle, okay? Hier ist eine Traitor-Falle. Ich kann ja nicht hinspringen. Die hab ich vorhin... Ja, genau. Die hab ich aktiviert vorhin. Ja. Ist grad eben auch, oder? Mein Freund und Kupferstecher. Ja, und jetzt? Ja, bist du Traitor, oder was? Oder ist das jetzt Ricky, oder was jetzt? Warte mal, Moggies Traitor? Ich weiß nicht. Irgendwie hat er grad... Warte, wo ist Maeveinchen? War er nicht auch mit uns unterwegs? Nein, Maeve hat gerade Johnny, äh, confirmed. Wir waren mit uns unterwegs. Irgendein dritter, gell? Da war doch jemand. Ricky bestimmt, oder? Ich kann schwören, da war grad jemand. Ich hab's mal Ricky. Oh, oh, ups. Biene, Bienen, Bienen, oder? Ja, das ist ein Bienen. 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 Oh, man. Wer lebt denn noch? Billig. Hockey lebt noch? Moggies noch? Und du bist der Traitor? Ne, ich bin nicht der Traitor. Naja, doch. Du schreitst so in Ruhe aus. Du schreitst nur aus, wenn du Traitor bist. Ne, dann gerade nicht. Ich kann nicht schießen, wenn du neben der Biene bist. Ist okay, danke. Außerdem, Fully ist, glaube ich, Detective. Der weiß ja, dass ich Johnny da... Aber Ricky ist tot, oder? Rikki war doch mit uns, oder? Mogi, du bist nicht Traitor. Mogi ist nicht Traitor. Also gehe ich nicht von aus. Na, Vorsicht, Detective. Detective, ich erfische dich nicht. Na, das ist dein Problem. Nein, das ist dein Problem. Verfolgt dich. Du bist verfolgt. Das ist dein Problem. Wer schießt auf den Fully? Nein, Mogi hätte auf mich schießen können, aber er hat nur auf die Bienen geschossen. Natürlich. Da, deswegen traue ich ihm mehr. Maeve? 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 Wer schießt denn da? Ich bin es nicht, wirklich Fully. Hör auf zu schießen. Ach Quatsch, der ist nur prozentig. Würdest du mich anlügen? Ich würde dich nicht anlügen. Hockey ist halt ein Lügner. Quatsch mit Soße. Hockey ist ein dreckiger Lügner. Wirklich. Ich glaube auch. Nein. Alter, was? Doch, bin ich denn jetzt... Also Mogi ist es nicht, ja? Nein, ich glaube nicht. Also die Sache war bei Hockey, pass auf. Hockey ist mein Traitor. Maeve schießt nicht an. Maeve schießt, Maeve schießt. Okay, okay, Maeve ist es. Okay, Maeve ist es. Ich habe Hockey getötet? Nein, war es nicht. Okay, es ist Mogi. Oder? Warte, 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 warte jetzt kurz. Warum ist Riki noch in der Liste der Liebenden? Riki ist noch da, der ist einfach nur leise. Was? Nee, Riki lag doch tot rum, oder nicht irgendwo? Fake-Leiche. Oh mein fucking Gott, wo ist Riki? Weder noch. Okay, Jungs. Ich bin einfach nur ruhig gewesen und hab das Chaos beobachtet. Oh ja, da ist er doch schon. Äh, Puli, hast du noch Credits? Nee, es ist Maeve. Puli, hast du noch Credits? Nee, ich habe keine Credits mehr. Ah, sonst hätten wir Hockey wiederholen können. Ich weiß nicht, ob ich Hockey wiederholen möchte. Ich bin übrigens hinter dir. Okay. Okay, hier seid ihr. Lauf ich in die Lage? Dann ist er auf der anderen Seite des Berges. Nee, er ist dort. Hast du einen Radar geholt? Ja, ich habe einen Radar. Also hast du, okay. Genau auf der anderen Seite ist er. Also ihr müsstest jetzt wahrscheinlich hier die Treppe hoch. Ach, du hast einen Radar geholt und keine fucking Wiederbelebung. Ich habe den Radar am Anfang des Spiels geholt. Ach, okay. Ja. Wo ist Ricky? Äh, Ricky ist hier wahrscheinlich Richtung Traitor House da oben. Das ist Moggy? Er ist oben irgendwo. Ja. Riggi, hast du nicht Höhenangst? Ja, ein bisschen schon, ja. Wir gehen gerade die richtige Richtung. Ja, war ich hier vorhin. Mann, ich habe keine wirklichen Minecraft-Feelings hier mit den Boys, ne? Oh mein Gott, geht mir das auch und sagt, da hoch zu gehen. Oh, ich habe es geschafft. Da ist er doch. Achso. Da ist er doch. Ach, nie Glück. Was ist da los? Mann. Riggi, du musst schon schießen. Nein, Riggi kann da wirklich, ich habe die schlimmste Runde. Das war aber auch so. Riggi hätte auf uns jetzt gerade schießen müssen. Hab ich doch. Du bist einfach nur da. Ich verstehe es nicht. Ich kann niemanden wegsteigen. Das Winzige war ja, wie ich einfach diese Falle gezündet habe. Wir beide erstmal so, hä, warst du das? Ne, warst du, ey, war nicht nur ein Grinner? Aber interessanterweise haben wir uns nicht gegenseitig erschossen. Ne, ne. Ich wusste ja, was du nicht gemacht hast. Ich hatte halt gehofft, dass ihr euch gegenseitig erschiebt. Na, ich war sehr nah dran, Maeve zu erschießen. Die Detective. Ich bin Detective. Ja, weil ich mir dachte, Hayver kann es nicht sein. Siehst, Fully, ich habe die selbe Irgendwo. Oh mein Gott, meine Redemption. Ich habe mich gelogen. Ich bin Detective. Das stimmt. Ich dachte, ich bin Traitor. Ne. Mein Redemption, ich bin Traitor. Hi. Ich hätte gerne eine bessere Waffe. Wenigstens hat es geklappt. Ey, du darfst dich nicht aufregen, Fully. Du bist der Erste, der sagt, wenn man auf ihn zielt, dann darf man ihn umbringen. Warum hat Fully gerandomkilled? Er hat mich einfach randomkilled. Er war Traitor. Was? Wie passiert das jedes Mal? Er hat super lange auf mich gezielt. Du kannst jetzt nicht. Ich dachte, er wäre es gewesen. Ich randomkille so selten. Ich dachte, weil er sich an Dinge... Ich habe gerade Hockey erschossen, aber ich bin Innocent. Ich schwöre auf alles. Es tut mir so leid. Hä, warum? Es tut mir so... Ich dachte, er wäre Traitor, weil er den Traitor... Oh, Maeve schießt auf mich. Maeve schießt auf mich. Ich habe den Traitor-Tester aktiviert. Wie? Seht ihr so um rechts in der Ecke. Ich habe den Schalter gefunden. Der ist in der Höhne bei dem Lava fall. Traitor-Tester is not available. Cool. Freunde, wir gehen zum Traitor-Tester. Nice. Maeve, lebt jemand mehr außer Maeve oder was ist da los? Das ist so doof, ne? Maeve, wir treffen uns beim Traitor-Tester. Ich will testen, ob du Traitor bist. Ja, ich habe das Gefühl, ich weiß schon nicht das Ergebnis. Ja, ich auch. Hm. Wie hast du alle so schnell gekillt jetzt? Na, indem ich sie erschossen habe. Ich habe nicht alle erschossen. Ich habe nur zwei erschossen. Ist denn jemand in die Lava gesprungen oder so? Ist dein gerösteter Gerhard irgendwo? Ja. Oh ja, ich sehe dich da vorn. Ne, 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 ne. Mach das doch jetzt bitte nicht. Maeve. Maeve. Hm? Tu das doch nicht. Bitte. Morgi? Ja. Ich sehe doch den anderen. Ich habe keine Munition! Ich auch nicht, ist okay. Ah. Wirst du? Kenn dir doch was? Ich habe keine Credits. Okay. Alter, aber das war ein geiler Gedanke, dass du eine Granate reißt. Ja, wirklich. Das war übelklasse. Wenn ich jetzt drauf hätte, wäre das so gut gewesen. Ich habe dich erwischt, oder? Du warst so auffällig, Hockey hinter dem Detective. Ich dachte, du wärst das. Ja, ich wollte die Traitorleiter nehmen und sie verbrennen. Fuli, du wolltest mich umbringen, gibst doch zu. Nein! Gib doch zu, dass das kein Random Kill war. Ich hatte sogar nur eine Pistole in der Hand. Ich müsste jetzt mal zugeben, wie es sein kann, dass Maeve euch alle innerhalb von 30 Sekunden gekippt hat. Einer von habe ich getötet. Ja, das weiß ich auch nicht. Irgendwie, Hockey war schon tot. Irgendwie einer hat Hockey getötet. Ich. Rikki hat mich getötet, ja. Dann habe ich Johnny vom Turm weggeschossen. Johnny, du solltest da nicht mehr hochkleiden, das fängt gut aus für dich. Ich bin da immer. Ich bin da immer. Und dann kam Rikki. Oh, Rikki, das war das dümmste überhaupt. Johnny? Rikki. Johnny. Nicht schon wieder, komm schon. Nein, nein. Ich versperre dir den Weg. Leck mich. Warum? Rikki sagt, Maeve schießt da rum und er tut einfach nichts dagegen. Dann schieß ich ihn ab und er macht immer noch nichts. Und ich hatte so eine Scheißwaffe, danke. Hä? Wo war der Knopf jetzt, Moggy? Der hatte vorhin ein Jetpack. Wo ist Moggy jetzt hin? Ist der Detektor? Äh, Moggy, wo ist der? Wo bin ich hin? Wo war der Knopf? Der Knopf? Aber ich glaube, der ist immer random. So, der ist in der Höhne mit der Lava. Ich glaube, der ist immer random, ehrlich gesagt. Oh nein, 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 nein. Ich brenne. Ich vollidiot. Nein. What's up? Äh, Maeve ist tot. Yo, what's up, guys? Warum, warum, woran? Wie, warum, woran? Wenn er schon so redet. Ja, woran ist er gestorben? Ja, ach so, okay. Ja, hast du gesehen, wie er schossen wurde? Hast du seine Leiche gefunden? Was ist, was ist passiert? Ich hab die Leiche gefunden. Hallo Rikki. Ich bin abenteuerlich, ich bin unterwegs. Junge, ich hab so Angst. Hä, hier? Da drüben. Diesen Vulkan hochzugehen ist ja kurz vor Tod jedes Mal. Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe doch nicht. Hockey war... War der Hockey, ist es? Nein, wieso hat er das gesagt? Nein, ich hab nichts gemacht. Hast du ihn erschossen? Hä? Okay, Moment. Ich hab Rikki grad eben von oben gesehen, da bin ich runtergelaufen. Und mehr ist nicht passiert. Ich hab ihn sonst nicht... Warum hat er grad gesagt, dass ich Drater bin? Äh, 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 äh. Hast du ihn erschossen? Ich weiß nicht, warum er meinen Namen gesagt hat. Ah, er hat gesagt, Hockey ist cool. Oh mein Gott. Ach, mein Gott. Nee, das glaub ich nicht. Ach so. Äh, das hab ich aber auch schon öfter gehört. Nee, aber ernsthaft jetzt. Äh, Ding, Johnny, wieso willst du so auffällig eigentlich Traitor sein? Hockey ist ziemlich cool. Du willst auf den Turm hoch, um Leute wegzusnipern oder was? Welcher Turm? Ja, bist du im Traitor-Menü? Oh. Okay, interessant. Das ist ja wirklich interessant. Das hat sich gut gespielt, ja. So, jetzt warst du mal schön in Lava, damit dich keiner wiederbelebt. Und Mogi, dann sinds noch wir beide, richtig? Ja. Nö. So. So. Das sehe ich anders. Okay. Hör doch auf. Nice. Was? Ich erschieß Johnny das nächste Mal. Johnny, ich wollte. Er geht mir auf den Sack. Willst du mich verarschen? Ich war gar Traitor. Ich hatte alles recht. Nein, 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 nein. Warum wurdest du gerade Hockey töten mit der Superschaft? Wollte ich nicht. Ich bin nur irgendwo hingeflogen. Du bist genau hier zugeflogen. Du hast ihn aber fast getötet. Nein, den hab ich nicht. Und ich hab einfach nur Hockey gesagt, um Chaos zu stiften. Ich bin nicht explodiert. Oh mein Gott, umgebracht von Hockey. Okay, ich müsste halt auch irgendwann mal anfangen, brauchbare Traitor-Sachen zu kaufen. So ganz kurz. Wir gehen jetzt alles zum Traitor-Tester, wir testen uns jetzt einfach mal. Eine Runde, wo wir ganz einfach mal testen. Wir haben den Knopf nicht. Ich schau euch den Knopf. Ja, hol mal den Knopf bitte. Der ist halt immer woanders, glaube ich. Wo ist denn der Traitor-Tester? Ja, warte aber. Die nicht töten? So eine Höhle mit Lava. Da war ein Schalter auf irgendeinem kleinen Vorsprung. Wie gesagt, die sind immer woanders. Nein, die sind nicht immer woanders. Die sind immer woanders? Nein, die sind nicht immer woanders. Doch, in der Beschreibung stand, die sind random verteilt. Also an drei Orten oder so können die, glaube ich, sein. Oh. Deswegen hab ich ihn nicht mehr gefunden. Ja, ja, eben. Ich sag ja. Deswegen nicht. War das gerade ein Vogel? War das gerade ein Vogel? Danke für die Famas. Ich mag die. War das ein Vogel? War das ein Vogel? Ey, Ricky? Oh mein Gott. Ich vertraue Ricky gar nicht. Da unten wurde er gerade erschossen von Pulli. Der wurde erschossen. Ich glaube, Johnny war's. Und, äh, und, okay, ich bin so verwirrt gerade. Ist Pulli denn tot jetzt, oder was? Nein, Johnny wurde erschossen von Pulli. Sag mal, bist du... Jetzt, 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 jetzt höre ich zu. Alles klar. Das heißt dann, da müsste da ja ein Indus hinlegen. Ja, ja, perfekt. Nee, Johnny war in einer anderen Runde Traitor. Also war er ja nicht Indus hin, ne? Ah, okay, ja, das verstehe ich. Ist ne Soundlogic, oder? Hä? Ja? Ja, was? Wie zählt das? Was denn? Nee, alles gut. Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du dumm? Ich mag dich, Pulli. Ich dich ja auch eigentlich. Pulli, wir müssen mal über ein Pokémon-Anime reden. Mal Flashback. Das war nicht. Das war nicht. War keine Lust. Hallo? Oh. Ich hab's gesehen, Babe. Hä? Das tut weh. Wow. Ich hab dich zweimal getötet, Johnny. Ja. Und ich glaub, Johnny hat geredet, kann das sein? Er ist gemutet. Hast du jetzt genug, Rache, Pulli? Ich hab dich zweimal getötet? Er hat mich ja nicht gekillt. Ich bin, ich war oben und hab dich auf einmal ausgeschaltet. Ich kam nicht dazu, mich zu muten. Du kannst unter Wasser gar nicht rauchen. Äh, keine Ahnung. Was? Warum nicht? Du musst rauchen. Rauch jetzt gefälligst. Ist ganz oben ne Traitorfall oder so? Hat mich jemand in die Luft gesprengt? Ja, das war ich dann. Fucking huge. Oh, okay. Das ist ne Traitorfall. Ich hab nämlich, ich hab die Bergspitze in die Luft gesprengt. Fucking huge. Und ich hatte einfach gehofft, dass ich... Und ich hatte einfach gehofft, ich erwische jemanden. Ja, und ich hab dich dann erwischt, gut. Starke Pille. Ja, und bei dir, Maeve? Ich hatte im Moment Angst, weil da auf einmal so ruhig warst und war so... Sollte nicht mehr hier oben. Ja, ich hab die ganze Zeit Hockey abgesnipet und dann hab ich gemerkt, okay, der wird ihn wahrscheinlich wieder beliebt. Der Detective hat mich im Blick. Und dann hab ich das Fasta explodieren lassen und dann ist Hockey voll weggefetzt worden. Na, Reki. Na. Der Detective, ich übernehme gerne Auftragsarbeiten aus dem Vogelnest hier. Ja, ich möchte, dass du Maeve an Maeve vorbeischießt, nur um mir Angst zu machen. Wo ist Maeve? Ich bin hier unten, am Strand. Hab vorbeigeschossen. Sehr gut. Ich hab. Ey, er hat auf... Okay, okay. Ja, es wirkte kurz, als hätte ich Schaden. Da gehen direkt wieder die Alarm her. Nein, nein, tu's nicht, Reki. Tu's nicht. Ich muss das tun. Ich brauch eine Farmers für mich. Ich brauch eine Farmers. Das hat voll viel Schaden gemacht. Wir haben das doch eben Wasser. Das hat voll viel... Das hat voll viel Schaden gemacht. Das hat voll viel Schaden gemacht. Okay, Mogi ist gestorben, I guess? Nein, ich sollte doch nicht zum Kredenest hoch. Oh, vorleses. Bist du Traitor? Bist du mich... Was? Er war's nicht? Hä, warum hat der... Warum liegt der da... Ich bin so verwirrt. Ich dachte, du warst das da oben. Ich hab Johnny erschossen vom Kredenest, weil ich dachte, der hat den Reki getötet. Aber ich find die Leiche gerade nicht. Ich find die Leiche wirklich nicht. Scheiße. Wo waren die denn? Voll liebst du noch? Wow! Ach so, du siehst mich. Ach du Scheiße. Das ist ja... eine unangenehme Situation gerade. Warte mal kurz. So ein Defri wäre natürlich jetzt mega geil, oder? Das hab ich schon wieder gesagt. Äh, unglaublich. Geilo! Hm, aber was soll ich mir denn dann kaufen? Ich hab jetzt doch genug für einen... Ah, ne Idee. Da kommst du gerade auf mich zu? Oder chillst du noch? Ehrlich? Oh, nee. Das ist wirklich lame. Geht. Scheiße, schießt auf mich? Nee, du schießt auf das Schaf, okay. Wo bist du? Ich find dich nicht. Ah, unten. Das Schaf ist so scheiße, ey. Ja, das Schaf ist so krass. So langsam will ich auch... Man muss einfach mal gucken... Pass auf. Wenn... Wenn Hockey... Wenn Hockey... Auf dem Berg irgendwo chillt und snipe, dann ist er eigentlich immer Trader. Ey! Können wir mal! Aber da haben wir Hockey davon Bunt Traitor zu sein? Was ist denn los dafür? Ey, aber das Schaf ist echt nicht... Das Schaf ist nicht so krass, wenn man halt nicht nur zu zweit ist. Weil dann... Ich wurde zum Beispiel auch umgebracht, als ich es eingesetzt habe. Kann Hockey mal. Kann Hockey aber trotzdem mal nicht mehr Traitor sein? Ich hab's gerade voll abgeschossen. Das ist super mies. Es müsste halt One-Hit sterben eigentlich. Damit es klar ist. Ja, ja, safe. Oh, Johnny ist aktiv. Also unterhalb... In... Also wenn noch nicht nur zwei übrig sind, dann ist es auch noch voll okay. Eigentlich. Ja, okay, ja. Aber dann steht man irgendwo halt schutzlos rum. Aber im One-Ging-One ist es halt... Weil du immer ein Trader bist! Das stimmt. Darüber beschwerst nur du dich. Nee, das stimmt schon. Nein, nein, nein. Wir haben beschwerende Briefe geschrieben. Dann kann ich es aber diesmal... Ich mein's so scherzhaft. Ich mein's so scherzhaft. Ach, ich küsse doch dein Herz, Fully. Ja. Jetzt werde ich den... Aber es gebe ich schon ein bisschen offen. Johnny, ich beobachte den die ganze Zeit. Ich warte nur, bis du runterfällst. Diesmal, Ricky. Diesmal schaffe ich's. Wow, wow, Traderfall aktiviert! Äh, Maeve, Maeve hat die Traderfall... Maeve hat die... Die... Die mit dem Haus? Okay, er ist tot. Oh, Hockey ist tot. Wer labert im... Hier ist es Maeve. Lebt Moggy noch? Nö. Aber ich helfe dir... Ich... Ich bin... Ja, eigentlich hatte ich vor, halt... Moggy? Ich hoffe, er brückt mich nicht um. Es geht. Wo willst du hin? Willst du? Nee, macht keinen Sinn. Der hat mich schon, nachdem Fully zu sehr angekündigt hat, dass er mich sieht, das ist eher eine Sache, die Traitor weniger machen. Ja. Warte mal, du bist Traitor? Nein, aber wir suchen Maeve. Hä, warum sucht ihr mich? Wenn du Traitor bist. Kann ich. Wäre so, dass Hockey zu viel geplaudert hat für deine... Du hast gesagt, du würdest mich nicht anlügen. Bist du Traitor? Ja. Okay, er ist Traitor. Danke, dass du sehr ehrlich warst. Es sind übrigens Bienen in meinen Augen. Oh, das ist nicht gut. Bist du allergisch gegen Bienen? Du hast gerade Maeve erschossen. Nein. Och, nee. Maeve, warum verfolgen dich deine Bienen an? Das sind nicht meine. Maeve! Ist das Ricky? Bienen! Es sind noch so viel mehr. Oh, nein. Lass mich in Ruhe. So, wer ist denn jetzt Traitor? Ich. Und ich. Ach so. Und wir sind Team Rocket. Schnell wie das Licht. Und Fully ist tot. Das glaube ich doch nicht. Ist Fully tot, ja. Hilfe. 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 Ey, bitte stirb jetzt nicht an deinen eigenen scheiß Bienen. Das kannst du nicht verhindern. Oh, die machen mir auch so einen Stress gerade. Aua. Maeve. Ey, Mogi, bleib doch mal stehen. Ich hab ne Idee. Wo bist du? Ich lauf grad mit Mogi jetzt im Kreis. Er ist immer genau so weit im Schaden von mir wie du davor beim letzten Skin. Warte Maeve, stopp. Lauf mal geradeaus weiter. Ja. Stopp, komm zurück. Ja. Ach, nie Glück. Muss mich doch vorwarnen. Ist das schief gehen können? Ist das schief gehen können? Ich würde sagen, wir treffen uns für den Traitor-Tester. Wo ist denn der? Oh, diese scheiß Bienen. Wiese völlig anstrengend gerade. Fuck. Oh no. Waren es die Bienen? Ich bin vorbeigegangen und hab einfach den Schuh in den Ring gehauen. Ich dachte, er würde mich vielleicht nicht direkt verhindern. Letzte Runde. Da hab ich auch nicht Chance, jemand der vorbeiläuft. Habe ich auch nicht. Letzte Runde? Junge, warum hol ich mir immer diese Juchis Schatz? Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Die long, long, long. Oh nein. Nein, Johnny singt schon wieder. Oh nein. Das hab ich lang nicht mehr, oder? Das stimmt. Hast du einen Wunsch-Zong? Ja. Ich möchte Lost von Linkin Park. Oh Lost. I Will Always Love You von Whitney Houston. Das hat gerade erst ein neues Musikvideo bekommen, oder? Das ist gerade erst rausgekommen. Am 10. Ja, aber ist ja kein neuer Song, oder? Doch. Nee. Das ist ein neuer Song. Nee, der ist nur neu released. Nein, der ist nicht neu released worden. Der ist doch nicht rausgekommen. Aber der war unreleased, oder? Der war unreleased. Der war schon fertig, aber war unreleased. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich hab das nicht so sehr verfolgt. Kann ich nicht singen. Was war das andere? I Will Always Love You von Whitney Houston. Ja. Wie geht denn das nochmal? And I... Ja... Holy shit! Will Always Love You. I can't believe you did this to me. How could you do this to me? Kannst du Roundabout singen, lieber? Brauchst du das schon wieder für Traitor-Action? Ich lauf runter. Wieso? Ist das verboten? Wenn ja, entschuldig. Hat das überhaupt Lyrics? Ist verboten, ja. Roundabout. Roundabout. Warte mal, kann man das hier? Hockey schießt auf mich! Hockey! 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 Ich habe einfach nur eine Reflexion. Wie kann man so schlecht lügen? Was? Nein. Ich bin nicht nah. Er hat doch niemand geglaubt. Ich glaube auch. Ich hab's ihm geglaubt. Ich hab's ihm nicht geglaubt. Ich hab's ihm nicht geglaubt. Ich war auch so ein Twitter-Kollege. Da kennt ihr Hockey aber schlecht. Ja gut, das ergibt 10. Ich hab ihm aber nicht geglaubt. Okay. Bonusrunde. Okay. Bonusrunde. Hockey ist im Traitor-Shop gewesen. Hast du irgendwas cooles, Neues beim Detektiv-Shop eigentlich? Ich schwöre, dass Hockey es ist. Ja, das ist die Suitcase. Oh ja, hab ich mal geholt. Hab ich mal. Ich bin's nicht. Ich schwöre, dass Hockey es ist. Ich bin's nicht. Zu tausend Prozent nicht. Tausend Prozent. Wie setze ich das Suitcase ein für mich selber oder muss das jemand von euch machen? Du packst es quasi auf den Boden. Rik hat auf mich geschossen, oder? Ich hab nicht auf dich geschossen. Da war eine Traitor-Falle. Ja, da war eine Explosion. Und Hockey hat die aktiviert. Rik hat's jetzt eingesammelt. Was hab ich denn bekommen? Was ist das denn? Nein, Rik hat's eingesammelt. Was ist das? Du hast auf den Boden platziert und Rik hat's eingesammelt. Rik ist ja her teleportiert worden. Fully schießt mich ab. Rik hat's nicht her teleportiert. Rik hat's nicht her teleportiert. Okay. Pass auf, chill. Ich introduce dich gleich noch, okay? Warte, wieso ist der Interessant? Fully war Traitor, er hat mich angeschossen. Wir beide sind Interessant, okay? Wo ist Moggy? Keine Ahnung, Tod oder so, ist mir egal. Er ist tot. Du bist der Traitor? Gute Arbeit. Rik hat halt die Traitor-Waffe eingesetzt. Genau, und jemand hat's Bonusrunde gesagt. Wurde war ich tot. Oh mein Gott. Okay, denn noch eine Bonusrunde. Was? Okay. Könnte ich mal die Waffe aufnehmen? Die war ja cool. Ähm, Jungs, ich hab ein Problem. Jungs, scheiße, kommt mal schnell zum Boot. Ich häng hier fest. Wo denn? Ah, ne doch nicht. Ist mir gut, dass ich mir nicht h 청liessen Oi сот. Ahhhh, okay. gears mal wieder. Also, double bonus. Was sind woven? Was'n awarded. Ich bin alle und Pläqueten. Fully ist es. Na, ich bin Detective. ch hh, ey, irgendjemand hat gelogen, man kann unter Wasser laufen. Meinte ich ja, du bist Detektive. Neeeee. Scha, man kann ja unter Wasser нашего Sausosattjudant. Tatsächlich könnt'n Traitor unter Wasser rauchen. Ja, ja, glaube ich auch. Ich hab grad Schaden genommen. Warte mal, Johnny ist Traitor? Wer mag ich nur tauschender Wasser rauchen? Ja, ja. Binterest hat sich nach unten schießen. Der Beweis ist, dass ich es gesagt habe. Ja. Ey, was tut? Warte, hast du den jetzt wirklich umgebracht? Ja, den wäre ich umgebracht. Du bist das vielleicht, oder? Er ist innocent. Ich belebe ihn wieder. Dann nicht. Okay, ich belebe ihn wieder. Guter Punkt, guter Punkt. Ich stehe hier in dem Grundfass und Mogi geht einfach weiter. Ja, ich warte, wenn du es wiederbelebst. Man kann die Fässer hochjagen. Die TNT-Dinger, ja, das sind Fässer. Oh, was? Wir sind mal jetzt jetzt? Okay, okay. Hoki, stell dich mal neben das Fassen. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Siehst du mich auch? Mogi, stell dich mit dem Fassen. Ich will nicht. Mogi hat dich geschossen. Bist du dir jetzt Traitor? Ich habe aber direkt wieder Schaden genommen. Soll ich mal hingehen? War Hoki auf mich geschossen? Nein, du kommst nur mit einem halben Leben wieder. Hoki? Hoki, was? Hoki ist mal wieder Traitor. Das ist ja was ganz Neues. Nein, nein, ich bin nicht Traitor. Ich bin nicht Traitor. Hoki, du bist schlecht zu mir. Nein, ich kann dir genau erklären. Hoki? 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 Ich kann dir genau erklären, was passiert ist. Ich glaub dir aber nicht. Du lügst. Er hat auch mehr Amor. Er ist auf der anderen Seite vom... Ja, da wurde grad unser Blitz. Amor? Mehr Amor? Was redest du? Amor? Ne, also ich erklär euch komplett was passiert ist. Der Liebeskopf? Ich bin da hingelaufen und da war dieses TNT. Warum lebst du eigentlich? Mogi, äh... Ach so, du bist wiederbelebt worden. Warte, was ist denn Johnny? Was soll das denn? Du hast doch grad den Blitz heil gesetzt. Du hast doch den Blitz heil gesetzt. Du... Ja, ich wollt grad sagen. Johnny, bist du jetzt Traitor? Oh nein, er hat Johnny umgebracht. Johnny ist Traitor? Ja... Ich mein... Hier sind viele Leichen. Das ist nicht so gut. Ja... Okay... Hm... Mavis ist ja tot. Wie machen wir das nächste Ende? Rikki... Auch verloren. Voll krass, oder? Ich hab die Hand umgebracht. Voll geil. Voll geil. Voll geil. Fuck! Was? Oh, ich bin unter Wasser, alles gut. Ach so, ja, das ist ja doof. Kannst du mal kurz an Land gehen? Ich will dich anzünden. Geh mal kurz an Land. Nein, 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 nein. Das wär mega lieb jetzt von dir. Nein, 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 nein. Das wär voll lieb, aber... Stell dich. Hä? Wieso bin ich in einem Käfig? Ist das eine Detektivwaffe? Was? Was ist das denn? Ich... Nein, ich kann ihn aber nicht killen, deswegen. Was? Ich wusste nicht, dass es die gibt, okay. Hey, du musst sie befreien. Ich glaub, ich ble... Ja... Als ob, warum... Was? 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 Oh mein Gott, Mogi, was passiert? Volli, wie? Wie? Ich dachte, der hat doch auf Hockey geschossen. Ja, Mogi, äh... Mogi kommt über den Berg und wird Insta erwischt. Wie? Was? Okay, mein Respekt. Und das war auch wieder super V-Geschmack auf den nächsten Part. Ich hab Hockey-Geschmack. Ich hab Hockey-Geschmack. So. Tschüss. Das traurige wird sein, dass Hockey uns jetzt in dieser Season schon bei allen anderen Season mit Trader sein überholt hat wahrscheinlich. Das stimmt. Das stimmt. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. Bang. Voll. Ich wollte genau den Moment wie bei fast Trader. Ich muss mal eine Pizza holen. Ich bin alle zwério, keine Zügel machen. Ich bin alle Elizabeth. Das ist nicht mehr Zügel machen. Vielen Dank.